So, willkommen zurück zu Drophand. Ich habe entschlossen den Rest noch zu machen. Ich habe hier mal freigespielt. Ich musste noch überall 100 Sterne machen. Damit du den nächsten 2 Lippen noch freigegeben. Ries our course for inverse movement. Alles klar. Warum? Alles klar. Ich muss erst mal wissen, was da passiert. So. Funktioniert. Weiter geht's. Ähm. So. Easy peasy. Lemon squeezy. Aha. Ups. Haha. So. Jetzt wieder nach links drücken. So. Naja. Ich glaube ich habe das mit dem Stamm gerade ein bisschen versaut. Aber. Egal. So. Raus hier nach dem. Mit dem. So. Wo? Und rüber. Fertig. Easy peasy. Ähm. Welchen von den besten? Den da. Ist ja eigentlich nicht egal. Ist ja eigentlich nicht egal. Wow. so. So. Keine Ahnung. Einfach irgendwie hingeschüsselt. So. 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 rechts. Das war auch nicht so schlau. Ich hätte. Na gut. Es hätte man besser machen können. Hätte. 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 Fahrradkette. Oh. Nein. Das wollte ich auch nicht. Nein. Rechts. Ein runter. Ein hoch. Äh. Jetzt. Ein runter. Jetzt. Ein links. Hoch. Aja. Aja. Der Blaue war oder der Fallschirmiss. Runter. Nach links. Hoch. Nach links. Hoch. Nach. Rechts. Nein. Nach links. Ah. zweimal falsch. Ah. Was ist jetzt los? Konzentration ist eine Wehe. Runter. Links. Ähm, hoch? Jetzt links. Hoch? Aber hier komm ich jetzt. So. So geht's. Und weiter geht's mit Level 11. So. Äh, was macht die Bilder da noch? Wahrscheinlich nichts lüsches, aber hat funktioniert. Ach so, die Pille wird schon mit. Hä? Einfach. Easy peasy. Ähm, ich hab, ich hab ne Idee. Und warte, ich hab noch ne Idee. Immer noch die gleiche, ich hab sie grad scheiße ausgeführt. So. Oh, okay. Schade. Weiter geht's. Was? Fuck. Äh. Hä? Hä? Ne, was? Ich darf, ich nehm nen Donut mal. Hoch. Ja, gut. Das ist eigentlich schon irgendwie logisch, ne? Ja. Easy peasy. Das geht schnell. Ich muss den eher runterkriegen. Ich muss den eher runterkriegen. Nee, warte. Nee, warte. Ähm, ähm. So. Ja, da gab's dann noch nen anderen, besseren Weg. Aber das geht auch. Ehen Stern verloren, aber weil ich am Anfang scheiße gebaut hab. Das war schon mal Rotz. So näher. Ja. Guck mal. Das war fast richtig. So. Hab doch gewusst, dass ich's richtig mach. Hä? Hä? Guck mal. Ähm. Mh. Ähm. Ähm. Äh, wie man wusste. nur zwei sternen oder war am anfang besorgt jetzt links und rechts ich müsste mit der tablette das ist links fuck off Was ist das? Den nach links Wo? Links Also doch die Tablette bis zum untersten Ende Niemals hätte ich das hingekriegt Niemals Boah, auch zur Flasche füllt sich 75% So Oh Das heißt, ich muss es erst für alle Sterne machen Das heißt, das war's für heute Das kriegt man auf jeden Fall noch voll Und dann gibt es morgen und übermorgen nochmal ein Volk Also bis denn, tschüss